SpaceX schließt die Untersuchung zum letzten Fehlstart ab und Starship Testflug 8 erhält Starterlaubnis. Der Firefly Mondlander ist fast am Ziel und soll in den nächsten Stunden auf dem Mond aufsetzen. Kurz darauf will auch der jetzt gestartete Lander von Intuitive Machines auf dem Mond landen. Rocket Lab zeigt neue Neutron-Hardware. Astroscale zeigt neue Aufnahmen von Annäherung an Weltraumschrott. Und die NASA hat die finalen Booster für Artemis 2 fertiggestellt. Kommt das SLS noch rechtzeitig? Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wir beginnen mit den Starship News. SpaceX hat die Untersuchung zum letzten Testflug IFT-7 offiziell abgeschlossen. Die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA, die hatte SpaceX nach dem spektakulären Scheitern der Oberstufe zur Ursachenanalyse verpflichtet. Der siebte Testflug der Starship Super Heavy Rakete, der hatte ambitionierte Ziele. Neben der Booster Rückkehr und Landung gab es mehrere Verbesserungen an der Oberstufe. Die Landung des Boosters, die gelang, der Flug der Oberstufe dagegen, der endete vorzeitig. Die offizielle Startlizenz für den erneuten Start des Starships, die trägt das Datum vom 26. Februar. Damit ist die FAA offensichtlich anders als erwartet schneller mit der Genehmigung als SpaceX mit der Vorbereitung der Hardware. SpaceX hat den Starttermin, stand Freitagabend auf die Nacht von Montag auf Dienstag, 4. März verschoben. Wie üblich bei SpaceX kurz vor einem neuen Start wurde nun auch das offizielle Best-of-Video zum siebten Flug veröffentlicht. Aber zurück zum Verlust der Oberstufe. Was war denn nun das Problem? Am 16. Januar hob das Starship-System von der Starbase in Texas ab. Alle 33 Raptor-Triebwerke des Super Heavy Boosters, die zündeten erfolgreich und die absolvierten auch die erste Brennphase. Nach dem Hauptaufstieg und kurz vor der Stufentrennung, da schaltete der Super Heavy Booster auf die drei mittleren Triebwerke um. Während das Starship die Oberstufe mit allen sechs Raptor-Triebwerken feuerte und dann in der heißen Stufentrennung durchstartete. Nach der heißen Stufentrennung führte der Booster ein Boost-Back-Burn durch, um zurück zum Startplatz zu fliegen. 12 von 13 Raptor-Triebwerken, die zündeten erneut, wie geplant, wogegen das 13. Triebwerk laut SpaceX wegen eines Zündproblems dann sicher deaktiviert wurde. Das Zündproblem, das trat dann bei der Landung nicht erneut auf und alle 13 wiederzündbaren Triebwerke des Boosters zünden für den Landeanflug. Super Heavy landte schließlich dann auf den Fangarm des Startums, von dem die Rakete ja nur 8 Minuten vorher aufgestiegen war. Während die Starship-Oberstufe vorerst ihren Aufstieg wie geplant fortsetzte, kam es zwei Minuten nach der Stufentrennung zu einem ungewöhnlichen Aufleuchten im unteren Bereich des Fahrzeugs, in der Nähe eines der drei Vakuum-Raptoren. Eine Druckerhöhung in einem Raum zwischen den Triebwerken und der Unterseite des Sauerstofftanks deuten auf ein Leck in diesem Bereich hin. Hier soll sich dann ein Feuer entwickelt haben. Schließlich schalteten sich fünf der sechs Raptor-Triebwerke automatisch ab, bevor die Kommunikation dann abriss. Starship zerbrach dann circa drei Minuten nach diesem Kontaktverlust und während des Wiedereintritts. Die von SpaceX durchgeführte und durch die FAA überwachte Untersuchung, die ergab, dass eine harmonische Schwingung im Zuleitungssystem unerwartet starke Belastung verursachte, die dann zu einem Treibstoffleck und dann den resultierenden Bränden geführt haben. Ja, eines der Probleme bei Schwingungen ist, dass sie die Belastung auf Bauteile erhöhen und je nach Anregung der Schwingung sehr schnell sehr groß werden können. Gerade bei komplexen Systemen oder Geometrien ist nicht immer vorab klar, wo welche Schwingungen auftreten. Ganz interessant, SpaceX schreibt, sie wollten mit dem langen statischen Feuertest jetzt an Starship 34 das System auf das vorherige Versagen testen, da auch dann die lange Brenndauer von 60 Sekunden über unterschiedliche Schubregime, um eine ähnliche Schwingung zu provozieren. Was dann wahrscheinlich nicht passierte und dann gezeigt hat, dass die Verbesserungen gegriffen haben. SpaceX hat natürlich bereits Korrekturen für den nächsten Flug vorgenommen. Dazu gehören Anpassungen an den Treibstoffleitungen, die Lex vermeiden sollen. Und sollte dennoch Lex auftreten, sollen neue Entlüftungen und ein Stickstoffspülsystem Brände in der Zwischensektion verhindern. Laut SpaceX werden die neuen Raptor-3-Triebwerke in späteren Versionen des Starships das Problem dann langfristig lösen. Eigentlich hätte der nächste Testflug bereits Ende Februar stattfinden sollen, doch SpaceX verschiebt Starship Eif die 8 nun auf den 3. März, beziehungsweise bei uns ist es dann schon 4. März. Man hat eine neue Missionsbeschreibung veröffentlicht, die zeigt, SpaceX will erneut den Nutzlastauswurf für Starlink-Satelliten testen und auch eine weiche Wasserung im Indischen Ozean mit der Oberstufe durchführen. Der 8. Testflug von SpaceX Starship steht nun also unmittelbar bevor. Er soll frühestens am Dienstagmorgen, 4. März, kurz nach Mitternacht erfolgen, um 0.30 Uhr nach unserer mitteleuropäischen Zeit. Das Startfenster ist dann bis 2 Uhr morgens offen. Mein Livestream, der beginnt am Montagabend um 22 Uhr. Klares Indiz, dass es richtig losgeht, wird sein, wenn das Betanken der Rakete beginnt und der offizielle SpaceX-Livestream etwa 40 Minuten vor einem geplanten Start beginnt. Der bevorstehende Flug wird eine ähnliche suborbitale Flugbahn wie die vorherigen Missionen verfolgen. Er hat mehrere bisher nicht erreichte Ziele, und zwar erstens der Nutzlastauswurf aus der Starship-Oberstufe. Dafür sollen vier Starlink-Massensimulatoren, die in Größe und Gewicht der nächsten Generation der Starlink-Satelliten ähneln, ausgesetzt werden. Diese Simulatoren werden dann auf derselben suborbitalen Bahn fliegen wie Starship und voraussichtlich beim Wiedereintritt verglühen. Nach dem Start wird der Starship-Super-Heavy-Booster zum Startplatz zurückkehren und erneut versuchen, auf den Chopsticks-Armen des Startums zu landen. Die Oberstufe ist in Anschluss an Ship 33 die zweite nach neuem Baustandard. Neben den leistungssteigernden Verbesserungen will man unter anderem folgende Experimente durchführen. Testen verschiedener metallischer Hitzeschutz-Kachel-Varianten. Darunter befindet sich eine Variante mit einer aktiven Kühlung, um alternative Materialien für den Hitzeschutz beim Wiedereintritt zu evaluieren. Und das Entfernen einer größeren Anzahl von Hitzeschutz-Kacheln, das soll dazu dienen, anfällige Bereiche des Fahrzeugs zu testen. Sollte der Flug der Oberstufe diesmal planmäßig verlaufen, dann könnte SpaceX bereits im folgenden Flug das Landen auch der Oberstufe an Land in der Starbase auf den Fangarm versuchen. Und das obligatorische Erwartungsmanagement. SpaceX weist erneut darauf hin, dass es sich immer noch um einen Entwicklungstest handelt. So können unvorhergesehene Ereignisse auftreten. Das Konzept dazu ist ja, SpaceX kann anhand von häufigen Testflügen unter realen Bedingungen schnell lernen. Ziel bleibt weiter die Entwicklung des Starship-Systems zu einer verlässlichen, vollständig und schnell wiederverwendbaren Rakete. In der Starbase in Texas, da laufen jetzt also die letzten Vorbereitungen für den Start. Booster 15, der wurde bereits auf den Starttisch, den sogenannten Orbital Launch Mount von Startplatz A gesetzt. Danach wurde der Hot Staging Ring aufgesetzt. Auch einige Tests am Detonation Suppression System wurden durchgeführt. Das heißt ein Wasserbenebelungssystem unter dem Starttisch, das eine Explosion von überschüssigem Methan in der Vorstartphase verhindern soll. Wenn ich das hier aufnehme, da wartet Chip 34 noch auf die finale Integration mit dem Booster, was aber dann in den nächsten Stunden erfolgen sollte. Was bin ich genervt von angeblichen Lieferungen und Telefonabzocken? Aber machen wir uns nichts vor, diese Betrugsmaschen, die werden dank KI auch immer raffinierter. Unsere Daten, die sind auf unzähligen Wegen ins Netz gekommen und es gibt Datenbroker, die gezielt solche Informationen sammeln, um sie an Unternehmen und Marketingagenturen weiter zu verkaufen. Da hat auch die Flut an SMS und Spam-Anrufen und unzähligen Werbe-E-Mails so dramatisch zugenommen. Geht dir auch auf den Keks, dann ist Incogni vermutlich die Lösung für dich. Incogni ordnet in deinem Namen nicht nur die Löschung deiner personenbezogenen Daten an, sondern sorgt auch dafür, dass deine Daten nicht erneut in den Verkauf geraten. Das macht dann auch den Incogni-Jahresplan so sinnvoll. Mit meinem Code senkrechtstarter bekommst du 60% Rabatt auf den Jahresplan. Auf die Einschränkung der Nutzung deiner Daten, da hast du nämlich ein Recht und das setzt Incogni für dich durch. Durch die Vielzahl von Datenbrokern ist es für mich selbst nahezu unmöglich, all meine verstreuten Daten nachzuverfolgen und deren Verarbeitung einzuschränken, beziehungsweise ich habe auch einfach Besseres zu tun. Mit meinem Code senkrechtstarter prüft Incogni regelmäßig, ob neue Datensätze über dich auftauchen und fordert bei Bedarf erneut Dernlöschung an. Und das Beste, der gesamte Prozess, der läuft vollautomatisch. Incogni kümmert sich um alles, während du dich beruhigt zurücklehnen kannst. Wir kommen zu den Starts der vergangenen Woche am 25. Februar. Da brachte Blue Origin seinen 10. Crewflug mit New Shepard ins All. Interessant, einer der sechs Passagiere, der wurde nicht genannt und auch nicht gezeigt. Es dürfte das erste Mal gewesen sein, dass ein Mensch, der die Grenzen zum Weltraum überschritten hat, nach einem Flug nicht öffentlich bekannt gegeben wurde. Blue Origin hat auch eine weitere historische Mission angekündigt. Im Frühjahr 2025 soll erstmals eine rein weibliche Crew mit New Shepard ins All fliegen. Die sechsköpfige Besatzung soll bestehen aus der Verlobten von Blue Origin-Gründer Jeff Bezos, Lauren Sanchez, der Sängerin Katy Perry, der Journalistin Gayle King, der ehemaligen NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, der Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen und der Filmproduzentin Carrie Ann Flynn. Diese Mission, die soll nicht nur die Rolle der Frau in der Raumfahrt hervorheben, sondern auch zukünftige Generationen inspirieren. Fun Fact, eigentlich war ja der erste Flug einer rein weiblichen Crew der Flug von Valentina Tereshkova. Sie war im Jahr 63 die erste Frau im Weltraum und ist bis heute die einzige Frau in der Raumfahrtgeschichte, die alleine ins All geflogen ist. Tereshkova aber war im Gegensatz zu New Shepard natürlich orbital unterwegs. Orbital dann auch die folgenden Starts dieser Woche. Wir hatten einen geschäftigen Donnerstag. SpaceX hat am 27. Februar von Cape Canaveral eine Ladung Starlings gestartet. China brachte ebenfalls am 27. Februar die Satelliten Superview Neo 3 und 4 in den Orbit. Diese neuen Erdbeobachtungsathleten, die sollen hochauflösende Bilder für militärische und zivile Zwecke liefern. Auch am Donnerstag, 27. Februar startete ein russischer Versorgungsflug zur ISS. Der Progressfrachter MS-30, der bringt neue Frachtwissenschaftliche Experimente und Treibstoff zur Raumstation. Mein Lieblingsstart der Woche, der fand ebenfalls am Donnerstag, 27. Februar statt. SpaceX hat mit IM-2 den Athena-Mondländer von Intuitive Machines gestartet. Zusätzlich zu IM-2 trug die Falcon 9 drei sekundäre Nutzlasten, die sie kurz nach IM-2 von der Oberstufe absetzte. Lunar Trailblazer ist ein NASA-Kleinstatellit, der den Mond in etwa 100 Kilometern Höhe umkreisen wird, um die Verteilung von Wasser auf dem Mond zu kartieren. Diese Mission, die ist Teil des NASA Simplex-Programms, das kostengünstige wissenschaftliche Raumsonden die Möglichkeit bietet, an ausgewählten Hauptmissionen teilzunehmen. Um die Gesamtkosten niedrig zu halten, da haben diese Simplex-Missionen eine höhere Risikobereitschaft und geringere Anforderungen. Mit dieser höheren Risikoakzeptanz kann die NASA dann wissenschaftliche Missionen ermöglichen, die sonst gar nicht durchgeführt werden könnten, und zwar zum Bruchteil der üblichen Kosten. Auch mit IM-2 gestartet ist Chimera, ein von Epic Aerospace entwickeltes orbitales Transferfahrzeug, das man für Transport-Services in den Geo entwickelt hat. Epic Aerospace hatte bereits einen für den niedrigen Erdorbit optimierten Space-Tag mit der SpaceX-Rideshare-Mission Transporter 6 gestartet. Und die dritte sekundäre Nutzlast auf IM-2, das war Odin, ein von Astroiden-Bergbau-Startup Astroforge gebautes, etwa 100 Kilogramm schweres Raumfahrzeug, das in elf Monaten einen erdnahen Astroiden anfliegen soll, um zu prüfen, ob er sich für künftigen Bergbau eignet. Odin könnte das erste private Deep Space Raumfahrzeug werden. Nach dem Aussetzen gab es für Odin Kommunikationsprobleme, die aber größtenteils mit der Bodeninfrastruktur zusammenhingen. Helfen bei der Kommunikationsaufnahme konnte wohl unter anderem AMSAT in Bochum. In den kommenden Wochen sollten wir da mehr drüber wissen. Aber zurück zum Mondlander von Intuitive Machines. Der Lander mit dem Namen Athena, der soll am 6. März in der Nähe des Monds Südpols, genauer gesagt auf dem Plateau des Mont Mouton landen. An Bord von Athena, da befinden sich mehrere wissenschaftliche Instrumente, darunter das Prime-One-Experiment der NASA, das mit einem Bohrer und einem Massenspektrometer nach Wassereis im Mondboden suchen soll. Zusätzlich wird ein von Nokia bereitgestelltes Netzwerk getestet, um die Datenübertragung auf der Mondoberfläche zu verbessern. Ein weiteres Highlight ist der Micro Nova Hopper, ein kleiner hüpfender Roboter, der permanente Schattenregionen erkunden soll, um dort nach Wasservorkommen zu suchen. Ein Tick näher dran als IM2 von Intuitive Machines ist Firefly Aerospace. Die stehen nämlich kurz vor einem bedeutenden Meilenstein. Die geplante Mondlandung des Landers Blue Ghost, die ist für den 2. März geplant. Nach dem erfolgreichen Start an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rakete vom Kennedy Space Center in Florida hat Blue Ghost diese Woche die Mondunlaufbahn erreicht und beeindruckende Bilder von seinem Mondüberflug zur Erde gesendet. Die Mission trägt 10 wissenschaftliche Experimente der NASA, darunter ein System zum Sammeln von Mondstaubproben. Das Ziel der Mission etwa 14 Tage, also einen gesamten Mondtag, auf der Oberfläche operieren. Von der Landung, da wird es leider keine Live-Bilder geben. Den Livestream, den verlinke ich euch natürlich trotzdem unter dem Video. Apropos Mondmissionen, die NASA hat bekannt gegeben, dass die beiden Feststoffbooster aus je 5 Segmenten für die Artemis II Mission vollständig montiert sind. Die SLS Kernstufe, die befindet sich derzeit in der High B2 des VW im Kennedy Space Center und soll dann in den kommenden Wochen integriert werden. Auch das Orion Raumschiff für Artemis II, das nähert sich der Fertigstellung. Aktuell haben Techniker Orion aus seiner Montagestation geholt, um die Installation der vier Solargeneratoren am europäischen Service Modul vorzubereiten. Die vier Solarsegel werden das Orion Raumschiff auf seiner Reise von Artemis II um den Mond mit Strom versorgen. Den Artemis II-Flug des SLS mit Crew, den plant man für April 2026. Trotz dieser Fortschritte gibt es weiterhin Kritik an den hohen Kosten und den wiederholten Verzögerungen des Programms. Scott Pace, ehemaliger Exekutivsekretär des Nationalen Space Conceals in den USA, der forderte eine frühzeitige Abkehr vom Space Launch System SLS. Artemis II und III, die sollen noch wie geplant stattfinden. Danach braucht es eine Exit-Strategie für das milliardenschwere Programm. Nicht ganz unerheblich für Europa, das sich ja mit dem ESM an Orion beteiligt und sich so Plätze für Flüge von ESA-Astronauten zur Mondraumstation Gateway sichern konnte. Aber erst ab Flug Artemis IV. Die NASA plant zusammen mit Rock Lab die erste kommerzielle Mission zur Venus mit einem besonderen Ziel. Die Raumsonde soll nämlich die Wolken des Planets auf mögliche Anzeichen von Leben untersuchen. Unterstützt wird das Projekt von der NASA, die ihre Expertise in Hitzeschutztechnologie beisteuert. Wissenschaftler vermuten, dass es in den Wolken der Venus Bedingungen geben könnte, die mikrobielles Leben ermöglichen. Die Sonne wird während des Abstiegs chemische Analysen durchführen, um mögliche biologische Signaturen zu entdecken. Apropos Wiedereintrittstechnologie. Der Hitzeschild der Venus-Mission von Rocket Lab, der wurde auch am NASA EAMS Research Center entwickelt, ebenso wie der von VADA Space. Das amerikanische VADA Space, das hat jetzt am Freitag seine zweite Wiedereintrittskapsel heil zur Erde gebracht. Die W2-Kapsel von VADA, die war im Januar 2025 an Bord von Transporter 12 mit SpaceX gestartet. Die W2-Kapsel ist jetzt am Freitag im Testgelände Kuniba gelandet und ist damit das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das auf australischem Boden gelandet ist. VADA möchte den Hin- und Rücktransport für Experimente in der Schwerlosigkeit anbieten. Der Satellitenbus, der die VADA-Kapseln im Orbit manövriert, der kommt übrigens von Rocket Lab. Ja und Rocket Lab hat jetzt die Nutzlastverkleidung seiner nächsten Rakete Neutron vorgestellt. Besonderheit, diese beiden Hälften, die bleiben mit der ersten Stufe der Neutron-Rakete verbunden und öffnen sich, um die zweite Stufe zusammen mit der Nutzlast durchzulassen. Dann werden die Hälften wieder geschlossen und landen zusammen mit der ersten Stufe und sollen wie diese dann wiederverwendet werden. Die 43 Meter hohe Neutron-Rakete wird laut Rocket Lab speziell für den Transport großer Satellitenkonstellationen, nationaler Sicherheitsmissionen und interplanetarer Einsätze entwickelt. Sie soll bis zu 15 Tonnen Nutzlast transportieren können. Starts der Neutrons sind von Valops Virginia geplant. Für Landung auf sie, da stellt Rocket Lab jetzt seine neue Seelandeplattform vor. Diese speziell modifizierte 122 Meter lange Barge, die wird als schwimmende Landefläche für die wiederverwendbare Neutron-Rakete dienen und die Rückkehr der ersten Stufe nach dem Start ermöglichen. Bei der Namensgebung hatte Rocket Lab offensichtlich wieder Freude. Die Landeplattform trägt den Namen Return on Invest. Ich hatte bereits über das japanische Unternehmen Astroscale berichtet. Astroscale war es mit seiner Adras-J-Mission als erstes privates Unternehmen gelungen, ein Stück Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn gezielt anzusteuern. Von der etwa stadtbusgroßen japanischen H2A-Oberstufe gibt es jetzt neue spektakuläre Bilder von Adras-J. Mit Bordkameras und Lasersensoren manövrierte sich die Sonde autonom bis auf 15 Meter heran, bevor sie sich wieder zurückzog. Mit diesem bahnbrechenden Erfolg rückt die Vision zum Bergen unkontrollierter Trümmerteile aus dem Alnäher. Ein wichtiger Schritt für die Zukunft der Raumfahrt und zur Bekämpfung des Weltraummülls. Beim ersten Start der Ariane 6, da wurde die in Deutschland gebaute Oberstufe ja unplanmäßig auch zu Weltraumschrott. Eigentlich sollte die Oberstufe gezielt deorbitiert werden. Ob es beim zweiten Ariane 6 Start besser läuft, das muss sich zeigen. Der Flug VA263, der ist jetzt für den 3. März vorgesehen. Zusätzliche Arbeiten an der Bodeninfrastruktur, die hatten den Start mit dem französischen Militärsatelliten CSU3 verzögert. Ja, der Ariane 6 Start, der bringt uns zu den Starts der kommenden Woche. Vorher aber noch ein riesen Dankeschön an alle Senkrechtstarter Schutzengel. Also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Und wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, dann findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Vielen Dank. Als kleines Dankeschön gibt es dann ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang. Am Montag, 3. März, da startet SpaceX, NFL G9 mit der NASA-Mission Sphere X und Punch von der Vandenberg Space Force Base. Sphere X, das wird eine detaillierte Durchmusterung des gesamten Himmels im infraroten Wellenlänge durchführen können, während Punch die äußere Corona der Sonne und den Sonnenwind untersucht. Ebenfalls am Montag, 3. März, dann, wie gesagt, die europäische Ariane 6 mit CSO 3. Und in der Nacht, auf Dienstag, 4. März, dann voraussichtlich Starship IFT-8. Mein Livestream zum Start dann ab Montag, Abend 22 Uhr. Ebenfalls am 4. März startet eine weitere Falcon 9 mit einer Ladung Starlings von Cape Canaveral. Am Donnerstag, 6. März, bringt Falcon 9 mit der Rideshare-Mission Transporter 13 mehrere kleinen Satelliten für verschiedene Kunden in den Orbit. Am Freitag, 7. März, dann folgt eine weitere Ladung Starlings, diesmal von Cape Canaveral. Und zum Abschluss der Woche, dann startet voraussichtlich am Samstag, 8. März, eine Falcon 9 mit einer weiteren Ladung Starlings. Hier nochmal der Hinweis, mit meinem Code senkrechtstarter bekommst du 60% Rabatt auf den Inkogni-Jahresplan und kannst gezielt gegen die Verbreitung deiner Daten bei Datenbrokern vorgehen. Ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, unbedingt abonnieren, denn die Raumfahrt ist unfassbar spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau. Bis zum nächsten Mal.